Heute machen wir einen Ausflug nach Gretzsiel. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir sind in Gretzsiel. Gretzsiel hat ca. 2000 Einwohner. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Eine kleine Pause hinter uns. Bekannt ist Rezil durch seine traditionellen Fischerbooten und Backsteinhäusern aus dem 18. Jahrhundert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das ist ein bisschen Zit. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.